Und wir sind gleich wieder zurück und werden unseren Promis die Zukunft vorhersagen lassen. Also bis gleich. Weihnachtsgeld. Vielleicht bald auf Ihrem Konto. 01379 200 200. Viel Glück. Entdecke dein Happy. Zum Beispiel mit den Skoda Drive Sondermodellen mit vielen Extras und bis zu 2100 Euro Preisvorteil. Skoda. Zwei Bachelors. Harte Schale. Feicher Kern. Auf der Suche nach der großen Liebe. Schau mir in die Augen, Kleines. Die Bachelors. Ab 17. Januar. Is what I need. Zwei Bachelors. 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 einzigartig spektakulär sensationell Deutschland ist Weltmeister Anna und Valentin bewegende Momente, die unser Leben veränderten und uns tief im Herzen berührten. Ziemlich eindrucksvoll Was für ein Jahr 77 Geschichten, die uns 2023 beeindruckt haben nächsten Samstag Pumuckl, was hast du denn? Mir ist so langweilig Wann kann man uns denn jetzt endlich anschauen? Da musst du noch ein bisschen gedulden Aber bitte, bitte, wie lang denn genau? Pumuckl, bald ist es so weit Bald? Was heißt denn bitte bald? Bald ist es so weit Der Eder ist gleich wieder erfolgt Neue Geschichten vom Pumuckl Am ersten Weihnachtstag ab 15.45 Uhr Und am zweiten Weihnachtstag ab 15.15 Uhr Oder jetzt schon alle Folgen streamen auf RTL Plus Stille Nacht? Nicht bei uns Das Rennen um die Super Bowl Teilnahme ist in vollem Gang In Miami kämpfen die Cowboys mit den Dolphins um das Heimrecht in den Playoffs Dieses Spiel verspricht ein Punktefeuerwerk an Heiligabend Und starke Offense gegen starke Defense Die Browns liefern sich ein Kräftemessen in Houston Die Browns bei den Texans Die Cowboys bei den Dolphins Und die Colts bei den Falcons NFL Live Morgen ab 19 Uhr Bei RTL und auf RTL Plus Denken Sie noch an Ihre Chance auf das Mega Weihnachtsgeld 01379 200 200 Das Kennwort lautet Geld Viel Glück Willkommen zurück bei Denn Sie wissen nicht was passiert Morgen ist Heiligabend Aber die Beschwerung gibt es schon heute bei RTL Und die Ballons zu halten Darum geht es jetzt im nächsten Spiel